Sikkingen-Stadt, Latsch, das ist in Sikkingen, also Richtung Stadtmitte, lassen wir erst mal hier fahren. Vielleicht ist das ja gar nicht so groß. Erstmal ist er ja noch nicht viel, noch mal hier ist ein Hotel. Latsch aus Schatten, China-Restbank, Napoli, das ist ja auch so. Normaltankstelle, Telekom hier. Ui, nack so. Das hätte ich gut auf dem Film gehabt. Das ist ja was geworden. So frisch. Was ist eigentlich hier? Da geht's gerade mal. Da geht's noch, Pizzeria, Latunda. Und links gibt's dann da Maria. Noch so was. Noch weh hätte er noch. Was läuft so? Da wird so ein extra Rollsmoke, ja. Ja, weiß noch was. So, Pause. Ja, immer noch Landstuhl. Zwei Bröckenbote hält man da. Ich denke, wir fahren hier voll mit dem Motorrad. So, ein bisschen beeilen wieder. Und der Altfischbach. Und der Altstein ist links. Wollen wir das? Ne, wir müssen nun mal aus. Ich kann mich so schlecht entscheiden. Ich kann auch nicht einfach was tun lassen. Aber das geht nun mal nicht. Wir zeigen aber nicht. Wir kommen dann hier in die Hauptstraße, wenn wir das sonst nicht sehen. Das muss ja sich entscheiden können. Und das dreimal hin und her, habe ich das ja gemacht. Und hier haben wir Flotte Bienen und so was. Was ist das? New York, was ist das denn hier? Pizza und so was. Grill und K-Pap und Schmerzgrill. Wow, wow, wow. Hallo. Hallo, how are you? Ja, es ist ja international aufgestellt hier. In dem Landstuhl. Das ist so oder so. Absteig. 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 Und dann mal. Da kann ich erst mal weiter. Absteig. Absteig, Dasque ist aus. Okay, ich kann es ja Kobra. Absteig. 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 Ab Deign. Absteig. 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 Einmal das! Autoservice 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 Ja, und bewerten wollen wir das, ganz voll, da hat so ein paar Schmutzflecken auf dem Teppich, das ist auch wohl ein Teppich, etwas gefleckt, da kannst du sagen, wir werden Skala von 1 bis 10, 1 ist sehr gut, und die Kingerstadt, das weißt du was es ist, 10 ist das schlechteste in Deutschland, und wir geben den Landstuhl an den 9,3, auf der nach oben hoffen wird, für Karlsruhe, selbst im Dorf, aber, okay, das ist nicht ganz schön, das wäre es ja noch, und das ist die Grenier-Gateway, das ist die Helikon-Gate, Amerika ist hier, die Lernstuhl,